Perfekt! Perfekt! Wir können hier was wegbashen. Wir machen einen Präzisionsschuss, 92% auf den Soldaten. Und los geht's. Voll weggezogen. Nicht schlecht. Oh, und jetzt wird's interessant. Jetzt kommt der Archon. Ah, daneben. Schlecht. Ganz schlecht. Guck mal, was er drauf hat. So, Professor. 79%. Komm. Volltreffer. Sehr gut. Und vergiftet. 81%. Komm, das ist dein Kill. Bash. Weggefetzt. So muss das sein. Sehr gut. Jetzt können wir uns dran machen, weiter vorzugehen. Nix. So. Nun gibt's Feuerschutz. Feuerschutz! Morse. Unser Superhacker. Hm. Hier gibt's wirklich so gut wie keine vernünftige Deckung, ne? Das ist der Hammer. Du bleibst hier. Follow the watch. So, The Beard geht dorthin. Wo ist das vorsichtig vorgehen? Wolf. Wolf ist auch etwas vor. Aber auf jeden Fall immer schön mit Feuerschutz. So, Professor. Tja, was machen wir mit hier? Du sitzt hier eigentlich nicht so gut, ne? Bleibst aber erstmal hier stehen. So, Judge. Rückt etwas vor. Stinger. Mein Nahkämpfer. Los, los, los. Gucken wir mal. Morse. Wir müssen da hin. Vor uns liegt aber noch ein Gebäude. Beziehungsweise eine Umzäunung. Alter, Alter. Das wird hier noch interessant werden. Ich höre was. Aber ich kann sie noch nicht orten. Und das ist gefährlich. Aha. Okay. Jetzt wird es interessant. Okay. Okay. Was hast du denn? Du hast Sprengschuss. Du hast einen Schusshagel. Du hättest aber auch einen Wachter-Schuss. Komm. Mal such es. Mal such es. Alter. Alter. Einfach mal weggefetzt. Übel, ne? Vielleicht ist es etwas, was wir hier benutzen können. Übel, ne? Einfach mal weggefetzt. Okay, das ist doof. Das kann nicht. Geh mal da hin. Rücke vor. Pistolenfeuerschutz, bitte. Bestätigt. Überwachung läuft. So. Abschusszone. Wenn sich das was bewegt. 49 Prozent. Wir sind hier aber auch wirklich. Feuerschutz. Das hilft nichts. Geh mal los. Zeigt euch. 25 Prozent. Das ist ja ein Witz, ey. Blasterbombe, Blasterbombe. Wollen wir es machen? Zwei Stück. Und die damit wegfetzen? Obwohl, dann zerstören wir ja auch das. Das ist auch doof, ne? 25 Prozent. Das ist ein Witz. Gucken wir mal. Okay. Er hat was abbekommen. So muss das sein. Sehr geil. Einfach mal weggefetzt. Feind neutralisiert. So. Ähm. Was hast du denn? 42 Prozent. Kannst dort hintergehen. Kannst du den noch noch treffen? Nein. Kannst du den nicht. Ähm. Wo ist unser... Genesung? Nee, das ist... Kreml in Heilung. Genau. Du heilst den erstmal. Du gehst bitte dorthin. Sehr gut. Du gehst bitte dorthin. Er hat ihn. 38 Prozent. Sprengschuss. Lass mal Granate. Wie sieht das damit aus? Ja, das würde gehen. Der würde sogar treffen. Komm. Vielleicht reicht's ja. Okay, hat ihn zumindest gut beschädigt. Abschusszone, wenn er sich bewegt, 65 Prozent, komm, na geht doch, 1A, sehr gut, so, Moss holt sich jetzt mal, wenn er kann, das Zeug. Ja, geht, wunderbar. Magazinerweiterung, überragender Automatiklader, überragender Fokus, das ist schon mal geil. Feuerschutz, hier ist dort hin. Ja, noch nicht, das ist mir noch ein bisschen zu heiß hier. Ja, Feuerschutz. Der Professor steht mir hier zu weit hinten. Judge muss auch vorrücken. Unser Nahcamper sollte eigentlich auch vorrücken. Bin gleich da. Overwatch. Moss. Komm. Hornet. Okay. Oh, 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 oh. Das ist jetzt böse. Zwei Archons. 50%. 50%. So, und da treffen wir ihn, da treffen wir ihn, da können wir was wegsprengen. Nicht gut, nicht gut. Ähm, 50% Blaster-Bombe. Ähm, 50% Blaster-Bombe. Kriegen wir damit das Zeug weg? Ah, komm. Zieh dir fast! Geiles Ding. Jawohl. Nicht schlecht. So, zeig mal, was du kannst. Okay, ein Schuss. Blitzschnelle Hände. Okay, gestreift, kümmer. Schwacher Treffer. Ja. Konfrontation. Ah, sehr geil. Zwei weggekrittet. Mehrere Ziele beseitigt. Geiler Junge, ey. Oh, Professor, komm. Ähm. Ja, wir müssen dich irgendwie safe stellen, ne? Aber der wird, der wird schießen. Und wir hocken hier alle auf einen Weg. Das ist schlecht. Geh da hin. Verstanden, rücke aus. Stolenfeuerschutz. Hier geht nichts. Wir sind hier alle zu nah beieinander. Bis, Protokoll. Genau, Mors. Weil der wird drauf feuern. Feuerschutz. 50%. Granate drauf schmeißen, bringt's nicht. Dann würden wir alles zerstören. Alter, ey. Wir stecken aber auch in der Kacke. Geh da hin. Ah, daneben. Ah, komm schon. Oh. Ei, 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 ei. Das war böse. Oh, jetzt hat der wieder Zombies geholt, wa? Alter Falter. Okay, hacken könnten wir. Will ich aber noch nicht. Scan-Protokoll, Kondensate-Entladung. Ähm, oder haben wir noch mehr? Hilfs-Protokoll, Gefechtsprotokoll. Ja, komm. Okay, den werden wir jetzt... Alles klar. So, 65%. Treffen wir dich, das ist nicht gut. Kannst du nicht weg? Nein, du kannst nicht weg. Das ist schlecht. Ähm, 100%. 99%, 55%. Ähm, Sturm und Schuss. Wartet mal. Wir machen es mal. 82%, 79%, 63%. Ähm, blitzschnelle Hände. Pistole, Pistolenfeuerschutz. Präzisionsgewehr. Ah, komm, versuch es. Sauber. Rüstung hält stand. Gut. So, Sibirat. 80%. Könnten wir ihn weghauen. Komm. Perfekt. Perfekt. Eliminate. Können Sie ein bisschen Ambo über hier? So, die verrecken jetzt. Gut. Sibirat 1,5. Wir orten keine weiteren Kontakte bei ihrer Position. Das Gebiet ist gesichert. Rücken Sie zum Ziel vor, bevor die Ladungen explodieren. Okay. So, dafür brauchen wir ihmchen. Beziehungsweise... Der ist durch. Der ist durch. Feuerschutz. Genesung. Wir wollen ja... Wir wollen ja alle heilen. Gruppenheilung. Sehr, sehr geil sowas. Starke Fähigkeit. Gut. So, Distanzschutz. Und du hackst jetzt. Komm. Was haben wir denn da? Wird dauerhaft um 20% gesteigert. Komm, ich will das haben. Dann wird er noch stärker. Wahnsinn. Das ist geil. Sehr gut. Erfolgreich abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen. Leider drei verwunderte Soldaten. Oh mein Gott. Aber ansonsten war es doch nicht schlecht. Sind doch alle zufrieden. Aber nur darauf kommt es an. So, neuer Rekord. Wir schauen uns das nochmal an. Wie lange die Soldaten jetzt ausfallen. Sieben Tage, vier Tage, acht Tage. Uh. Okay. Aber ordentlich was geholt. Sehr gut für uns. 244 Vorräte. Wunderbar. Oh. Okay. Nicht gut. Lass mal gucken. Sü-Labor. Nicht genug Energie. Shit, 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 shit. Ähm. Was haben wir denn hier? Können wir noch irgendwas groß bauen? Ne, ne? Energierelais. Doch, hier können wir... Können wir hier noch was? Ne, hier ist wohl schon ein Maximum ausgebaut. Das ist doof. Wir brauchen dringend nochmal irgendwie was zum Ausbauen. Das ist jetzt aber mal richtig doof. Labor. Schattenkammer. Testbereich, Brücke. Ja, das ist jetzt natürlich doof, ne? Es scheint, als hätten wir endlich eine Gelegenheit, Advents Propagandamaschinerie zu zerstören. Es wird nicht leicht, aber wir müssen es zu Ende bringen. Ganz gleich, was es uns kostet. Ja. Hey, Commander. Wir haben zu wenig Energie. Das ist schlecht. Das ist mal ganz schlecht für uns. Labor, Sü-Labor, ja. Wir haben zu wenig Energie. Energie 45. Wieder, Commander. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit. Und haben keine freien Kapazitäten mehr. Sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ja, das ist schlecht. Ich würde ja gerne ausbauen, aber will nicht. Ähm. Okay. Da sind wir am Bauen. Waffenkammer. Guerilla-Taktik-Schule. Eventuell können wir da noch was ausbauen. Nein. Es fehlt hier Energie. Aber wir können was kaufen. Vergeltung. Hm. Taktische Boni. Jagdinstinkt. Mega-Kracher. Hu, 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 hu. Das nehmen wir. Ja. Und wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten spannenden Folge von XCOM 2. Ich verabschiede mich mal für heute. Und vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer AdPronic Gaming TV. Bye, bye. The future begins with you. Bye. 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 Bye.